Die Weltbevölkerung Die im Gras gebundenen Wertstoffe gewinnt die Bio-Raffinerie vollautomatisch, z.B. an Standorten von Biogasanlagen. In einem komplexen Filtrations- und Trennprozess wird der Grassaft aufbereitet und haltbar gemacht. Am Ende dieses Prozesses entstehen wertvolle Plattform-Chemikalien für die Chemieindustrie von morgen. Eines unserer Produkte ist Amino Plus, ein rein biologischer Dünger. Mit der Jahresproduktion Amino Plus einer Bio-Raffinerie können bis zu 6000 Hektar Agrarfläche nachhaltig gedüngt werden. Die Bio-Raffinerie gibt die restliche Biomasse als Inputstoff in die Biogasanlage zurück. So können in einem geschlossenen Prozess organische Dünger und nachhaltige Energie entstehen. Egal ob als grasverarbeitendes Unternehmen, Investor oder Produktanwender, es ist Zeit für eine neue Anlage. Die Bio-Raffinerie Die Bio-Raffinerie Die Bio-Raffinerie Die Bio-Raffinerie Die Bio-Raffinerie Vielen Dank.